Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Disciples Liberation. Jo, wir machen natürlich weiter hier an dieser Stelle ein Drohnen, der einer Königin würdig ist. Finde vier Leichen für den Chorsal-Drohnen. Jo, gucken wir mal, ob wir das hier so hinbekommen. Wir haben ja, jo, jetzt ein bisschen bessere Helden, wollte ich gerade sagen. Wie sieht es da unten aus von den Lebenspunkten und so weiter? Finde ich hier gerade genau sowas, so ein Lebensbrunnen, sehr schön. Können wir uns ein bisschen aufladen und gucken mal, das sieht doch schön aus. Hatten wir die nicht mal angegriffen oder sowas? Xindin der Zahnige, mal gucken, ob das ein geeigneter Leichnam ist für uns. Das ist ziemlich grausam, oder? Du näherst dich einem großen, gut bewaffneten und wütenden Bataillon untoter Krieger. Obwohl du ihre Zähne sehen kannst, lächeln sie definitiv nicht. Der Vater der Verlorenen duldet Eindringlinge hin und wieder. Okay, geht also direkt in den Kampf. Ein Kampf, den wir eigentlich schaffen sollten. Hier ein Wehrwolf. Haben wir einen Wehrwolf schon mal gesehen? Zweite Reihe. Scharfe Krallen. Gewährt Verbündeten. Körperliche Kraft und bessere kritische Trefferchance. Äh. Äh, geil, oder? Was geht denn ab? Wie krass ist denn das? Ach so, wenn sie mit Krallen oder Klauen angreifen. Okay, scharfe Krallen hält man bis zum Ende des Kampfes an. Okay. Wenn sie mit Krallen oder Klauen angreifen. Trotzdem könnte das ja ganz geil sein. Wodran weiß ich denn, dass jemand mit Krallen oder Klauen angreift? Klar, jetzt rein optisch, aber wird das auch irgendwie angezeigt? Keine Ahnung. So. Ah so, versenkt die Krallen tief im Ziel. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Passive Fähigkeit gewährt dem Wehrwolf Regeneration. Nett. Und dann hier der... Ah, das ist ein Spezialgegner oder was? Xindin, der Zahnige. Erfüllt die Waffen von Verbündeten mit Verrostung. Fügt im Nahkampf getroffenen Zielen verlangsamt zu. Okay. Und passiv ist hier. Nach dem ersten Tod im Kampf ersteht der Skelettkriegiger mit 50% wieder auf. Okay. Auch nett. Was haben wir hier noch? Eingeweihte Zombie, Zombie. Und dann verschiedene... Oh, Zombie in der zweiten Reihe. Also haben wir auch Vergiftungen auf uns drauf. Und dann auch das hier. Was war das? Ah, war das die Verrostung da? Ja, genau. Jo, sollten wir eigentlich schaffen. Und die waren ja auch direkt, sag ich mal, relativ kriegerisch unterwegs. Also werden wir wohl hier an dem Punkt keinen Fehler machen. Die wollen uns direkt angreifen. Also müssen sie sterben. Ich hoffe, von den Soundeinstellungen ist das jetzt ein Ticken ausgeglichener. Es war gar nicht so schlimm in der letzten Folge. Es ging eigentlich. Es hat mich natürlich massiv rausgeholt, wie es natürlich nicht sein soll. Aber jo, hat schon gepasst irgendwie. Ich habe mir jetzt in der Aufnahmepause noch so viele Gedanken gemacht. Erstens könnten wir uns die Skillung wieder ein bisschen genauer angucken. Könnten da so auf die erste Meisterschaft sozusagen skillen. Wir könnten, ähm, äh, dämonische Stärke. Sehr schön. Wir könnten, ähm, die Zauber uns mal angucken. Das werden wir auf jeden Fall in einem der nächsten Folgen auch machen. Äh, ich gehe mal gerade in die Schatten. So ist es. Und werde mich mal hier hinziehen. Hier hin. Dann müssen die nämlich eigentlich durch diese Felder hier durchlatschen. Eventuell. Jo, wir müssten auch, äh, in der Stadt wieder vorbeigucken. Ich habe mir da überlegt, vielleicht auch das, die Gebäude der Paladine zu bauen und die mal als Tanks mitzunehmen. Wir haben eh verstärkte körperliche Kraft. Das zum einen. Und wir haben die Möglichkeit, ähm, auch, ähm, ja, dann mal dieses Verspotten und so weiter auch mal zu wirken. Das habe ich eigentlich nicht so richtig schön gemacht, sage ich mal. So, feuert, feuert ein Ziel an, was dessen göttlichen Schaden stärkt, gewährt dem Ziel göttliche Macht und angespornt. Das machen wir jetzt mal. Wir machen es mal auf sie hier. Denn sie macht ja diese göttlichen Zauber. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt so klappt. Ähm, du bleibst jetzt einfach mal da stehen. Mal gucken, wo die jetzt gleich hinlaufen, die Viecher da. Und du läufst jetzt mal hier hin und bleibst dort stehen. Voll strategisch, oder? Das kann ja nur, das kann ja nur in die Hose gehen, das da. Ja, also ein bisschen, wirklich mal besser ausklügeln, mit welchen Figuren ich da spielen will. Ach, das gibt widerstandsfähig, diese Felder. Oh, gut, alles klar. Ich dachte eigentlich, das wäre ein negatives Feld. Gott, bin ich dämlich. Ach, egal, was soll's. Sind das alles positive Felder? Jo, alles klar. Oh, mein Gott, wie schlecht. Oh, oh, oh. Ich sollte mir doch die Felder immer vorher mal doch wieder anschauen. Jetzt dachte ich, ich bin hier strategisch mega geil unterwegs und dann sowas. Aber egal, die stehen trotzdem ganz gut. Wir können ihn jetzt hier schwächen. Er steht schön in der Mitte doof rum. Und kriegt hier schön Schaden ab durch das Geschwächt hier. Das ist ja mal geil. Dann machen wir das gerade mal bei den beiden. War das jetzt einmal ein Crit und einmal nicht? Kann man ein Crit erkennen? Steht das da? Überlese ich das jedes Mal? Könnte jetzt sein. Jo, ich wirke mal eine Heilung auf ihn hier. Und ansonsten kann die da hinten mal jetzt stehen bleiben. Macht mal nix. Und du kannst deine magische Geschosse hier auf ihn ballern. Und kannst auch meine Leute ein bisschen schneller machen. Das kannst du ja auch noch. Ne, kannst nicht mehr. Okay, dann bleibt blöd stehen. Ja, man darf sich ja ein paar Fehler erlauben. Die können ja noch nicht so viel, die Gegner hier. In den ersten vier Anfangsgebieten. Ich habe immer Tutorial-Gebiete gesagt. Man kann das jetzt Anfangsgebiete, Tutorial-Gebiete, wie auch immer nennen. Ich denke mal, da laufen wir jetzt einfach bei den Imperialisten rum. Bei den Elfen rum, bei den Verdammten oder jetzt hier bei den Untoten. Klar, mit etwas anderem Schwierigkeitsgrad. Immer so ein, zwei, drei Stunden in den Gebieten rum. Um dann alle Fähigkeiten freizuschalten. Oder beziehungsweise Gebäude freizuschalten. Ich denke mal, dann wird es ein bisschen heftiger werden. Was diese ganzen Entscheidungen und so weiter angeht. Oh, das war aber ein heftiger Hit, oder? Hoi, 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 hoi. Sehr schön. So. Du gehst mal hier hin, nimmst ihn nicht in die Zange, haust einfach so deinen ersten Angriff. Ah, Hand in Hand klappt trotzdem. Sehr schön. Weil das muss Evianna dann gleich regeln. Die dürfte ja gleich an der Reihe sein. Wir gehen mal hier hin. Und da können wir auch so den Schattenblitz rausballern und so. Ja, aber ich denke, da habe ich da genügend da so erzählt. Was jetzt so die Vorgehensweise und so weiter ist. Ich hoffe, jetzt technisch passt das alles so. Und dann können wir da gut voran arbeiten. So, ansonsten, meine Leute sind hier relativ fit. Ja, du kannst auch stehen bleiben. Ja, ein Wehrwolf wird jetzt ein bisschen spannend. Ach, der holt sich noch die letzte Stärkung hier ab. Das ist so schlecht, was ich hier mache. Autsch. Und verspottet. Ja, so ein Wehrwolf. Verspotten. Untoten. Hm, jo. Jo, weiß nicht. Mit höherer Crit-Chance. Könnte man natürlich schon auch geil spielen. Das erste Mal stehen jetzt mal hier weg. Das sollte eigentlich jetzt klappen. In die Zange genommen mit einem Kraftbonus. Genau, da ist der auch schon mal weg. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Also, sie ist verspottet. Okay, muss in ihn reinkloppen. Noch schön vergiftet. Traumhaft. Ja, das kriegen wir schon alles so jetzt hin. Da kommt ein Zombie angelatscht. Der läuft freiwillig in die Zange. Das ist schön. Beziehungsweise nimmt uns auch in die Zange. Und kotzt dann so ein bisschen blöd rum. So, sind wir jetzt irgendwann nochmal dran. Jo. Jetzt können wir hier wieder Schwächung rausdonnern. Einmal auf ihn hier. Ist die eigentlich immer noch gebufft? Wahrscheinlich, oder? Jo. Dieser göttliche Zauberbuff dürfte diese... Wo die zwei dran steht sein. Sie macht auf jeden Fall jetzt doch deutlich höheren Schaden. Und schwächt halt. Das ist halt schon heftig. Sehr schön. Und jetzt greift er hier meine Magier an. Das finde ich gar nicht so cool. Ey. Das war so nett abgemacht. Das habt ihr noch nie gemacht. Was soll das? Bleibt mal ganz geschmeih, hätte ich jetzt. Der steht wieder auf unten. Der Zahnige da. Da gibt es noch eine schöne Seuche für alle. Traumhaft. So, und jetzt holen wir den Zombie da oben auseinander. Beziehungsweise gehen wir hier auf den Wehrwolf. Ich würde sagen Wehrwolf. So. Und nochmal. Und dann war es das doch schon mit ihm. Sehr schön. So, du machst ihn hier mal weg. Oder greifst ihn zumindest mal an. Bleibst stehen und erholst dich. Magier ballert. Ne, macht mal dieses Verschwimmen hier drauf. Geht das dann auf alle hier? Chance 10% auszuweichen und eine Bewegung. Jo, komm, mach mal. Klingt gut. So, ansonsten bleibst du mal chillig stehen. So, du haust ihn hier weg. Ich hoffe mal, dass der jetzt unten meinen Magier nicht wirklich massiv gefährlich werden kann. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und du kannst einen Schildstoß hier rausdonnern. Schade, hat noch nicht gereicht. Aber könnte Vergiftung jetzt eventuell reichen. Genau, faulender Gestank. Ne, noch nicht ganz. Genau, sehr geil. Oder auch nicht. So, sie kann eine Heilung rausdonnern. Das machen wir jetzt auch mal. Sicherheitshalber. Und dann auch eine Schwächung auf ihn hier unten, auf den Zahnigen da. Da finden wir doch unsere erste Leiche hier. Sehr schön. Ne, du verziehst dich besser mal. Du machst mal den Abgang hier hin. Und kannst ja von dort immer noch zaubern. Dann den einen da weg machen zum Beispiel. Dürfte eigentlich reichen, ne? Jo. Genau. Und da wäre es jetzt halt geil, wenn man Paladin oder irgendwas hätten. Und da jetzt irgendwie dafür sorgen könnten mit Verspotten und so. Dass die, dass unten der Zahnige zum Beispiel nur noch der Paladin angreift. Und dann mit den Magiern geschwächt draufwirken. Oder mit irgendwelchen Bogenschützen draufschießen und so. Klar kann ich mir da jetzt schon die Mega-Mühe-Taktik da machen, was wir da machen wollen. Aber letzten Endes, ich laufe mal hier hin. Dass wir eventuell gleich einkesseln können. Aber letzten Endes wird es wahrscheinlich jetzt noch nicht die Riesenrolle spielen, denke ich mal. Ich komme nicht so weit. Nein. So. Aber ein Zauber könnten wir noch wirken. Was könnte man denn machen? Schönes. Äh. Schwäche Blitz. Wort der göttlichen Macht. Niederer Teufel beschwören. Oder einfach mal ein bisschen heilen. Wir heilen mal ein bisschen. Jo. Ihn hier. Wunderbar. Ihn sollten wir eigentlich auch mal heilen. Der geht jetzt mal hier hin und kloppt dann einmal rein. So. Sehr schön. Und du kannst demoralisieren eventuell. Und auch finishen. Und dann steht er wieder auf, oder was? Genau. Da ist der Krieger. Oder was auch immer. Okay. So. Magische Geschosse. Und dann ist es nur noch oben der Zombie oder Magier. Oder was da oben noch so blöd rumsteht. Den müssen wir dann auch noch weg machen. Und das war's dann. So. Faulender Gestank. Und Deckung gibt's noch. Sehr schön. Aber da gibt's wahrscheinlich noch richtig krasse zweite. Also hier so zweite Reihe Fähigkeiten. Gerade was so Crit und so angeht. Das könnte noch witzig werden. Jo. Dann hau zweimal deinen Zauber hier drauf. Kein Problem. Reicht ja vielleicht. Genau. So ist es. Du kannst mal vorrennen. So zwei Meter. Und kannst dann mal irgendwen heilen. Wenn's noch geht. Geht's noch? Ja genau. Hier. Das sind taktisch ganz große Züge. So. Und was bist du da hinten? Ein Eingeweihter. Der da ein bisschen rumbrettert. Und solche rumballert. Okay. Den schnappen wir uns jetzt. Okay. Okay. So. Du kannst ja relativ weit rennen. Und kannst da schon mal ein bisschen Druck erzeugen. Wenn man so möchte. Das wäre auch geil. Wenn's irgendwelche Fähigkeiten gibt. Also Leute gibt die direkt so. Wenn du nur hinläufst. Dass die die schon irgendwie binden. Dass die sagen. Okay. Ich muss jetzt im Nahkampf irgendwie angreifen. oder sowas. So. Der kann auch nichts mehr machen. Er, sie, wie auch immer. Lauf mal dahin. Ah. Ich hätte doch ein Feld weiterlaufen können. Weil dann hätte's magische Geschoss natürlich vielleicht noch gereicht. Oh Gott. Oh Gott. Wie schlecht. Da bin ich auch mal gespannt. Wann kriegen wir wirklich mal mehrere Fähigkeiten. Also mehrere Aktionspunkte. Jetzt haben wir ja pro Charakter eigentlich nur zwei. Ob's da dann irgendwann mal drei gibt. Oder vier. Oder was auch immer. Wird bestimmt auch spannend zu sehen sein. So. Bleib bitte schön so stehen. Wäre nett. So. Lauf du mal weiter. Dann können wir auch ein bisschen den Weg absperren. Ja. Machen wir es mal so. Achso. Geht gar nicht. Okay. Und da wird der Druck erhöht. Wunderschön. Macht auf jeden Fall Laune das Game. Ich bin echt mal gespannt, was da alles noch passiert. Es ist so krass umfangreich. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch alles so passiert. Vor allem was Entscheidungen und so angeht. Wie ich wirklich mein Team zusammenstelle. Das finde ich schon alles sehr, sehr spannend, was da noch passieren könnte. Bestimmt mit vielen Nahkämpfern. Oder so ein bisschen ausgeglichen. Oder die besten Einheiten aus verschiedenen Regionen. Macht es denn Sinn? Macht es keinen Sinn? Und so weiter und so fort. Also wird unheimlich spannend. Deine Tränen sind wein. Unheilige Stärke. Jetzt macht er mich blatt. Hier der Eingeweihte. Och. Bleib doch stehen. Sowas zum Beispiel ist mega nervig jetzt mit dem Nachlaufen da. So. Okay. Hau mal was rein hier. Sehr schön. Geschwächt. Ich muss mal drauf achten, ob das ein Crit jetzt war oder nicht. Jetzt achten wir bei ihr mal drauf. Wie kann ich das feststellen? Ähm. Ah, hier sehe ich auch unten. Ah, unten sehe ich dann, wie viel Leben ich hier abziehe. 42 Prozent. Hat die da noch ein bisschen... Ne, das war es komplett oder was? Weiß ich jetzt schon, das ist ein Crit oder... 301? Nö. Keine Ahnung. Das muss ich noch mehr irgendwie drauf schaffen. Habe ich nie drauf geachtet, dass man unten links das auch sah, was da mit den Figuren abgeht. Stimmt, wir haben noch neue Utensilien. Da muss ich auch mal drauf achten. Und oh je, oh je. Und wann werden die Klassen freigeschaltet? Wann kann ich mit ihr Zauberstäbe tragen? Ich müsste noch die, ähm... Hier diese Splitter ausrüsten und so. Ich müsste noch so viel machen eigentlich. Hui, ui, ui. Einziger großer Kritikpunkt ist hier Ladezeit. Das könnte besser sein. So, wie sieht es jetzt hier aus? Nicht grad lebenswert. Seine Persönlichkeit eignet sich hervorragend für einen faulenden Fleischhaufen. Bringen wir ihn und seine Freunde zu Eama. So ist es. So sehe ich das auch. Wenn ich jetzt hoch zu Eama gehe, kriege ich dann schon eine Teilbelohnung oder sowas? Könnte ja sein. Vielleicht. Weil es jetzt hieß, gehen wir dorthin. Vielleicht freut er sich schon und wir kriegen da irgendwas dafür oder sowas. XP oder so. Teil XP. Du kehrst zum Negromanten Eama zurück. Der eine unbekannte Zauberformel in sich hinein murmelt. Ja, junge Unholdin. Tritt näher. Noch näher. Ich schätze, dass die Jagd nach Fleisch dich stärkt. Mhm. Ne, das haben wir ihnen ja alles schon besprochen. Töte niemanden, solange ich weg bin. Ich verspreche nichts, junge Unholdin. Das haben wir ja mit ihm schon alles besprochen. Okay, dann haben wir die weiteren Quests, die hier angezeigt werden. Was sieht hier da vielversprechend aus? Ah, hier ist einfach ein Leichnam interagieren. Ist ja ziemlich sicher eine Falle, oder? Als du inmitten der verkohlten Überreste unbekannter Leichen wartest, findest du ein paar frischere, rötere Leichen. Hm, okay. Das heißt, wir müssten nicht zwingend in Kämpfe gehen. Wir gucken mal, was uns das Spiel anbietet. Und wo wir vielleicht dann Kämpfen aus dem Weg gehen könnten, oder sowas. Also einmal das Vieh hier oben. Hier sind wieder Leichen, die hier rumliegen. Vielleicht wieder eine Falle. Gucken wir mal. Inmitten der Haufen ausgetrockener, staubiger Überreste finden sich einige frischere Proben mit mehr Fleisch. Die Leichen. Die Wunden sind frisch und kaum faulig. Ermordet? Kriegsverletzung. Vielleicht von der Front. Hilf mir mal. Ja, so können wir anscheinend ein paar Kämpfen. Dorf der Wiedererweckten. Ach, war ich hier noch gar nicht? Holz hol mal mit. Gold hol mal mit. Oh, da ist es da oben. Ah, Moment. Oh, und noch eine Quest. Was geht ab? So, Verderbniswucherung. Die kriegen wir weg. Hier ist, wie gesagt, noch eine Quest. Königin Puchala oder so irgendwas. Ne, wie heißt die? Pulcharia. Und eine Schatzkiste. Ja, wie gesagt, viele neue Ausrüstung, die wir eventuell upgraden könnten. Warum habe ich das hier nie gesehen? Das ist jetzt die Karte. Ne, ist es nicht. Jetzt kommt die Karte. Dorf der Wiedererweckten. Ja, wie gesagt, die Quest. Das war der Kampf, den wir machen könnten. Habe ich eigentlich alle Gebäude hier eingenommen? Ja, ne? Ja. Laut der Karte unten, der Legende, habe ich alles eingenommen. Okay. Ich will hier nochmal raus. Ah, hier rüber geht das. Ja, mit der Königin gucken wir natürlich später. Mannerbrunnen holen wir uns oder laden wir uns auch mal auf. Und hier sind dann zwei Kämpfe, die wir machen könnten. Ferniel, Meister der Lehren. Will ich den umbringen? Ich weiß es nicht. Und Digeroth, Heiliger Kopfgeldjäger. Dann, wie gesagt, einige Quests noch. Ne, dann würde ich sogar fast oben das Vieh davor schlagen. Das war ja eher ein untotes Vieh. Wo es vielleicht jetzt nicht die große Rolle spielt, ob das mal weg ist oder nicht. Das darf man denen natürlich nicht sagen, den Untoten. Dann finden die mich auch nicht so geil. Kiel ist der Düstere. Du näherst die schemenhaften Gestalten, die ihrerseits auf dich zuschlurfen. Noch näher und eure Köpfe werden rollen. Keine Köpfe, noch nicht. Vom Nest der Königin kommen wir. Zum Kausalthron gehen wir. Der Thron des Nekromanten? Du weißt schon, was dich dort erwartet, oder? Fleisch von uns. Seele von Mortis. Zweiter Tod kommt. Zum zweiten Tod gehen wir. Verschwindet. Ich bringe euch in Stücken dorthin. Ne, verschwindet heißt ja, die gehen dorthin, oder? Beeil dich, Kreatur. Der Nekromant wartet und wir haben eine Verabredung mit der Königin des Todes. Zum Thron gehen wir. Hm, sehr schön. So konnten wir das jetzt durch Dialog lösen. Das ist ja mal geil. Ja, und jetzt muss man halt zu Kehre zu Ehrmar, dem Kausalthron zurück. Das machen wir dann. Oder beim Kausalthron zurück. Das machen wir in der nächsten Folge. Fand ich jetzt eigentlich mal ganz interessant, was für Möglichkeiten es da gab. Wie gesagt, wir hätten ja hier unten die zwei Typen noch ansprechen können, die jetzt gar nicht mehr angezeigt werden. Ihr wisst ja, diesen Kopfgeldjäger und diesen anderen Meister der Lehren oder sowas. Vielleicht hat er jetzt eine neue Quest für uns. Oder ist uns irgendwie in irgendeiner Form dankbar oder irgendwas. Bin ich mal gespannt. Wir machen den nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich drauf. Hoffe, dass die Technik jetzt in Ordnung war. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns auch noch die Utensilien an und, 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 und. Es ist noch so viel zu tun. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.